Das ist mein Zuhause. Mach, dass ihr rauskommt. Nein, das ist nicht dein Haus. Also, wie ist dein Name? Mein Name ist Bill Wilkins und ich bin 72 Jahre alt. Was hören Sie in dieser Stimme? Klingt verwirrt. Ist er sie mir? Die Stimme auf diesem Band ist die eines elfjährigen Mädchens. Sie nennen es Englands amitable Gaston. Dort lebt eine Familie, die dringend unsere Hilfe braucht. Nach allem, was wir gesehen haben, gibt es kaum noch Fälle, die uns beide erschüttern können. Aber dieser? Dieser verfolgt mich noch immer. Fühlt es sich so an, als würde die Stimme aus dir kommen? Eher so, als wäre sie hinter mir. Als würde sie mich benutzen. Janet, geht es dir gut? Nenn mich nicht Janet! Sie ist so ein gutes Mädchen, was stimmt mit ihr nicht? Ein böser Geist versucht sie zu zwingen, die größte Sünde zu begeben. Welche ist das? Mord? Selbstmord? Oder beides? Sie glauben uns doch, oder? Spürst du eine Präsenz? Ich spüre gar nichts. Alles, was ich spüre, ist ihre eigene Angst. Hilfe! Hier drin ist jemand! Aufmachen! Aufmachen! Mach auf! Hilf mir! Lorraine! Schatz, du blutest. Was passiert hier? Ich hatte eine Vision von deinem Tod. Wer ist das? Die Familie besteht nur aus Schachfiguren. Etwas nichtmenschliches will dich töten. Wenn wir weitermachen... Hey! Lass uns in Ruhe! ...wirst du sterben. Nein! Lorraine!